Hallo, mein Name ist nicht Casino, äh, ist schon Casino, aber wir sind hier nicht bei Silent Hunter, was ich eigentlich geplant hatte hochzuladen. Genau genommen habe ich es sogar schon hochgeladen, allerdings ist mir einmal mehr das Copyright Infringement in den Weg gekommen. Nämlich ist offensichtlich Jatondre von Rina Catty unter Copyright Schutz, deswegen darf ich das nicht benutzen. Deswegen muss ich mir ganz spontan eine Alternative raussuchen und das Ganze nochmal hochladen, was ich wahrscheinlich morgen tun werde. Bis dahin muss ich schauen, wie es läuft, beziehungsweise nicht schauen, wie es läuft, sondern euch mit einem versprochenen Video am Mittwoch bedienen. Denn ich will es ja endlich durchziehen, dass ich jeden, zumindest an einem festen Tag immer, ein Video hochladen kann. Und, ähm, ich meine, so schwer kann es ja nicht sein, dachte sich Casino, aber es ist so schwer. Und, ähm, genau, deswegen muss ich hier jetzt doch wieder rum improvisieren. Denn ich habe gehofft, jetzt habe ich einen guten Computer, jetzt kann ich das ohne Probleme hier einfach mal mein Zeug hochladen. Aber nein, die 70 Jahre alten Lieder müssen natürlich auch unter Copyright sein. Warum auch nicht? So, auf jeden Fall, das Spiel hier ist folgendermaßen doof. Ne, es hat schon alles so seinen Sinn und Zweck, nämlich ich... Ja, 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 ja. Ich bin ein Kästchen. Dieses Kästchen sucht seinen Weg durch die Welt und, ähm, stößt dabei auf allerlei Gefahren. Zum Beispiel anderer Kästchen. Währenddessen sind die Wände nicht aus Käse, denn so heißt das Spiel, the walls are not cheese. Und, ähm, genau, ich kann hier Sachen verschießen und dann die Sachen, die Braunen hier wieder aufsammeln mit der Shift-Taste. Das ganze Spiel ist übrigens komplett kostenlos. Das könnt ihr, wir lassen den Leak, äh, den Leak, ich lasse den Link in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das Spiel auch antun. Es ist nämlich sehr, sehr kurzweilig und gar nicht mal so einfach, wie wir später noch sehen werden. Denn, wenn man hier diese Sachen aufsaugt, man sieht, saugen, 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 ähm, wenn man diese ganzen Sachen hier aufsaugt, dann bekommt man ja, wie gesagt, Munition zurück. Allerdings, äh, lalalala, saugt man nicht nur das braune Zeug auf, sondern auch diese Patronen, die diese Früchtchen hier verschießen. Und, tja, wenn du eins davon aufsaugst, bist du logischerweise tot, denn Patronen sorgen häufiger für eher relevante Schäden im Körper, auch wenn du nur ein Quadrat bist. Okay, ähm, machen wir weiter hier. Äh, äh, das ist mir nämlich allzu häufig passiert und wird mir wahrscheinlich innerhalb dieses Videos auch nochmal passi- Wenn man vom Teufel spricht, wird man einfach erschossen. Denn, wie gesagt, wenn man diese Munition aufsaugt und manchmal achtet man einfach nicht so richtig drauf oder es geht schneller, als man gucken kann und man kann ganz schön schnell gucken und deswegen geht das auch ganz schön schnell. Das würde ich damit sagen. Und, ähm, lalalala, das ist das Hauptproblem an dieser ganzen Sache, dass man einfach sich überrumpeln lässt von diesen fiesen blauen Kästchen, die sich denken, Nein, nein, lila, ne Kästchen wollen wir hier nicht. Und dann gründen sie eine Art Pegida für Kästchen. Wer nicht weiß, was Pegida ist, der sollte öfter mal die Zeitung lesen. Ähm, genau. Also, nehmen wir das ganze Level nochmal. Aliop! Da ist Mr. Kästchen-Typ. Ach genau, offensichtlich geben diese Schüsse, also wenn man schießt, auch einen Rückstoß, wenn man in der Luft ist. Das bedeutet, man kann sich, darauf kommt, das war knäpplich, darauf kommen wir später noch, man kann sich dann sozusagen eine Art Jetpack zusammenbasteln, nur anhand deines Rückstoßes, deiner Schüsse, äh, kann hilfreich sein, besonders wenn du grad irgendwo drüber kommen musst, wo du sonst nicht drüber kommst. Dafür ist diese Spielmechanik gedacht. Und ja, ein sehr witziges kleines Spiel. Die Spielmechaniken sind so einfach wie wirkt, so wirkungsvoll, äh, es ist ein Sinn. Ein sehr spaßiges Spiel, ein sehr, sehr eigenes Spiel und tatsächlich ein relativ anspruchsvolles Spiel. Also, schon die ersten Level machen dich teilweise ein bisschen verzweifelt, weil man immer an den gleichen Stellen stirbt, und zwar immer aus den gleichen Gründen, die meistens deine eigene Doofheit sind. Äh, ich hoffe, da spreche ich nicht nur für mich selbst. Gut, dann machen wir hier unser Ziel-Dings-Kästchen kaputt, sammeln noch ein bisschen Munition auf und hüpfen! Weapon-Recoil, das... Äh, ja. Weapon-Recoil bedeutet offensichtlich Rückstoß der Waffe. Ach, Penis! Okay, jetzt hab ich mir wenigstens hier wieder ein bisschen Munition zurechtgecheatet. So, jetzt aber. Wieder hier ein bisschen was aufsammeln. Lass mich doch nach oben! Noch, jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. Vorhin hab ich's ohne Probleme geschafft. Upsala. Gut. Nochmal. So, wird ein Schuh draus. Ach nee, so wird gar kein Schuh draus. Ist ja... Gut, dann. Das Problem in diesem Level ist, dass mir da immer die Munition ausgeht, weil ich mich nicht traue, hier nachzulaben. Scheiße! Scheiße! Okay. Halliab. Halliab. Tot, tot, tot. Jetzt mach ich eigentlich folgendes. Einen kleinen Speedrun. Äh, lass mich da raus. Okay. Scheiße, ich dachte, da wär ne Wand. Äh, 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 okay. Schluss mit lustig. Ich suche mir ein anderes Spiel und komme dann wieder zurück. Okay, da sind wir wieder mit einem neuen Spiel, nämlich Caesar's Day Off. Ja. Wir schlüpfen in die Rolle von Julius Cäsar und nehmen Gallien ein oder so vielleicht. Ja, vielleicht. Nein, ich hab keine Ahnung, was mich hier erwartet. Allerdings, bedeutet es, äh, ist das einzige Gameplay-Option, die ich hier bekomme. Daumen hoch oder Daumen runter. Sinnvollerweise mit den Tasten hoch und runter belegt. Aber mal sehen, was uns erwartet. Daumen hoch. Ups. Daumen hoch, um das Spiel zu beginnen. Hm, ein Gladiator. Daumen hoch. Yay! Das ist zu viel. Daumen runter. Ach, es ist doch schön. Sorry, wir sind aus dem Salat. Du sollst leben. Du sollst leben. Take the garbage, hon. Nein. Der Opa-Tra wurde gegessen. Äh, ja. Hell yeah! Julius Cäsar. Ui, ui, der ist ja ganz schön am schwitzen. Du sollst... Ups, falsche Taste. Aber ein rosa... Der Ding ist auch schön. Jetzt sind wir echt die ganze Zeit rosa. Ich möchte nach oben. Niemals. Yes, Gott sei Dank. Okay. Wir nehmen den Gaumen nach unten. Yes. JC, the main. Brutus. Niemals. Nope. Indiana Jones 4. Nicht gut. Was haben wir hier? Äh, sehr geil. Ich mein, Schnurrbart und rosa Robe haben mehr. What a rad day. Thumbs up to restart. Äh, das, äh, was? Okay, dann hoch. Machen wir nur noch nach oben. Ne, machen wir nicht. Äh, das war kürzer als ich dachte. Wir müssen uns noch ein Spiel raussuchen. Okay, wir sind zurück mit Spiel Nummer 3. Und zwar, mit einem Spiel namens... Äh, wie heißt das nochmal? Hexagon? Heißt das einfach Hexagon? Ich glaube ja. Auf jeden Fall... Ich hab keine Ahnung, wie bewegt man sich? Und was passiert? Und was ist die Aufgabe? Ah! Okay. Au. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Alles klar, alles klar, alles klar. Äh, das könnte schwierig werden. Neuer Rekord. Wuhu! Drei Sekunden. Nice. Okay, auf jeden Fall. Dieses Spiel macht mich jetzt schon kirre. Ah, ah. Da hann. Und da lang. Zwei. Ach, scheiße. Das war ein Richtungswechsel. Aha. Aha. Ah, das war ein Richtungswechsel. Hell yeah. Ich bin noch nie so abgegangen bei einem Spiel. Ihr solltet mich sehen. Ah! Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Diese Scheiße ist echt hart. Gut. Als ich denn meinen Let's Player Vertrag unterschrieben habe, habe ich gesagt, nee, sowas machen wir nicht mit. Alter, das ist Level 1. Was soll ich denn das beschaffen? Okay, da lang. Aber man muss sich da echt konzentrieren, man kann kaum reden. Aha. Oh, Alter, bist du wahnsinnig. Okay, Level 2. Glaube ich vielleicht. Ne, schaut immer noch Level 1 aus. Aber das ist mir sowieso hart genug. Alter, das Spiel macht einen High. Da kann ich, ähm, ja, kann ich, ähm, kann ich, äh, kann ich da irgendwie drauf oder so? Und dann, äh, kann ich, äh, geht das mit, 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 mit? Nein, okay, schauen wir nicht. Dann machen wir uns damit weiter. Dann quälen wir uns damit weiter. Einmal drehen. Ach, nicht genug gedreht. Das ist echt schwierig. Oder bin ich einfach so scheiße? Wahrscheinlich beides. Dreh dich. Dreh dich zurück, du geiles Stück. Aha, ups. Aha, oho, aha, ah. Bist du wahnsinnig? Okay, ein letzter Versuch. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich will diese 20 Sekunden jetzt schaffen. Dafür bin ich im No-Fall auch leise. Okay, das wurde mal wieder nichts. Nicht mal die Hälfte. Okay, das allerletzte Mal. Das Spiel macht süchtig, aber es ist scheiße schwer. Ihh. Ihh. Uno. Ack. 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 Nicht mal weird. Aber. ци. Untertitelung des ZDF für funk, 2017